Bist du auf der Suche nach einem sinnvollen Zwischenjahr im Liechtenstein? Dann komm doch zum Freiwilligen Sozialen Jahr. Dort entdeckst du, was in dir steckt und du kannst viel bewirken. Bei der Arbeit mit Kindern erlebe ich jeden Tag, wie ich kleine und grosse Unterschiede mache. Im Elternsein erzählen wir wohnerspannende Geschichten. Ich lerne von ihnen und sie lernen von mir. Im Bildungsmodul bietet mir viele Perspektiven. Wir lernen Neues und probieren unterschiedliche Sachen aus. Vor erster Hilf bis Improvisationstheater. Im FSJ entwickeln wir uns weiter und sammeln wertvolle Erfahrungen für die Zukunft. Wir unterstützen uns alle gegenseitig und wachsen gemeinsam. Nebo 500 Franken Lohn und Bussabo bietet zu FSJ üblichen Sozialbereich und bringt dir persönlich weiter. Die Satzbereiche sind vielfältig und du entscheidest, welche Aufnahmeorganisation zu dir passt. FSJ öffnet Türen in die Arbeitswelt und hilft, eigene Interessen und Stärken zu erkennen. Meld auch du dich an und starte schon bald dein eigenes FSJ-Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.